so hallo und herzlich willkommen hier ein kleines angenügungsvideo mal wieder und zwar geht es einmal darum morgen am 4.11 werde ich ein spiel live kommentieren also ein clan war spiel zwischen team arise und vulcanian royal es wird mein erstes mal dass ich ein spiel kommentieren werde live es wird auf jeden fall auf meinem live stream gesendet ich denke mal dass ich so ab 19 uhr circa online sein werde für den pre talk oder was auch immer und das spiel wird circa 19 30 anfangen ich bin auf jeden fall gespannt ich hoffe ihr seid dabei ich habe da auf jeden fall schon seit längerem mal bock und habe jetzt heute eine möglichkeit bekommen das mal anzutesten und vielleicht kommt es dann öfters mal ich würde mich freuen wenn ihr am start zeit und des weiteren seht ihr schon im hintergrund ich habe einige von diesen souvenir paketen nicht gedroppt bekommen ich habe kein einziges gedroppt bekommen aber ich habe mir eben einige gekauft darunter sind auch einige schöne mit der dragon lord drin die will ich am freitag im live stream öffnen und ja ich denke mal es wird auch am freitag wieder ein längerer live stream da wird es auch einige gvw es wieder geben parkis werden zusammen bisschen daten und wer weiß wer weiß vielleicht sicher hier mal richtig rein also ich habe in letzter zeit so viele cases aufgemacht und ich habe nur scheiße gezogen ich warte eigentlich auf jede 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 kiste warte ich auf mein knife irgendwie so ein weiß ich bräuchte mittlerweile eine halbe millionen euro knife oder so aber wer weiß vielleicht lag ich dann hier bei den souvenir cases rein ist natürlich ja teuer aber ich habe eben wie gesagt ich habe die eigentlich relativ günstig bekommen ihr habt das mitbekommen es wurden extrem viele cobblestone kisten gedroppt und dementsprechend waren die noch günstig von dem her hoffe ich ihr seid morgen dabei am 4.11 um circa 19 Uhr wird es beginnen der live stream da wird es den clan war geben den ich live kommentiere und am freitag auch circa 20 bis 21 uhr wie eben immer wird es anfangen werden erst mal eine runde mm rein daddeln danach wird es dann immer ein giveaway geben und dann wird es dieses schöne case unbedingt mit souvenir päckchen geben und wir hoffen dass wir hier mal richtig reinlacken ja aber ich erhoffe mir nichts davon ich hoffe ihr seid am start schreibt mir in die kommentare ob ihr dabei seid wenn ihr bock darauf hat gebt einen daumen hoch und ja ich wollte mir noch mal bedanken für die ganzen support den ich in den letzten videos erfahren habe und ja ich freue mich dass ihr immer fleißig dabei seid und hoffe ihr seid auch morgen und am freitag am start vielen dank für uns einschalten und bis zum nächsten mal ciao